Musik 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 Verdas Musik Musik backups ffff ним Musik stark turbo stark ich bin stark ich werde an den Leuten ausprobieren und nachher greifen die mich an der Wabajak Beschreibung der Wabajak ok ja du kannst halt auf die Leute hier ballern ich muss ausrüsten und dann auf die Leute hier ballern ich hab die gar in Stein verwandelt das sind alles Frauen Daniel, hab viel Spaß ich hab die ins Gelächtige gar verwandelt bei mir hat die sich in Stokett verwandelt was? die hat sich die hat sich in Hohen verwandelt die hat sich in Pumpkin verwandelt in Kürbis meine ich ja aber ich wollte ey du kannst mehrmals auf die schießen Daniel der kraft mich an Daniel, das war grad übelst geil wenn du mehrmals auf die verwandelt ist immer wieder neu egal wie oft du auf die schießt ok weißt du der hat sich in so einen Dämon verwandelt hat mich angegriffen da hab ich noch mal geschossen ist ein Stück Käse geworden ja ja der hat sich in sind Remora verwandelt jetzt im Skelett jetzt im Kürbis ich habe das Ding behalten ich nehme an nicht irgendwie zu ich habe mal auf den einsetzen der funktioniert nicht na schade ein wenig eingerostet aber nicht schlecht es ist so lustig euch sterben und wie versprochen sobald es euer ist wird es euch geradewegs zurück nach Tamriel schicken merkt haltet die Luft an und zählt bis eine Million ok 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 haltet die ich ich habe wieder so eine Frau verwandelt weißt du in so einem Skelettkrieger greift mich an ich schieße noch mal auf einmal wirklich zu so einem Feuerwirbel und das greift mich an der Feuerwirbel dann habe ich noch mal geschossen jetzt ist ein Schwein nein ich werde den Barsch man muss aber leider abgehen bei dir nein verwandeln da nicht, schieß immer noch mit dem Teil rum will ich verwandelt ich hoffe die ganze magier gelten quest hier drehen sich um den hat jetzt hier bis jetzt fröhlichen abschluss glücklich sein heißt einsam sein glücklich sein als einsam sei ungefähr 100 mal einsam sein heißt glücklich sein also bin ich glücklich er steht nur drei mal so als andere steht so 20 30 mal da auf drei seiten wer lesen will da kann ja anhalten und so ein 3 und jetzt für magie mit einer rüstung geil was habe ich bekommen fähigkeit ich bin doch gar nicht hoch geschwungen ich bin ich bin zwar meine Farben sehen jetzt nicht so gut aus, aber was soll es du hast wie ein Sklave du hast wie ein junger Knabe den man in sein Bett ruft als Römer die hatten Sex mit Knaben schreien schreien es für mich weißt du was dir jetzt fehlt so ein anderer Hut und mehr so ein dreieckiger Spitzerhut dann siehst du aus wie ein Hut oder Peter ja du bist der pädophile Peter Pan komm Peter 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 in die wir sind Wunderland den Anzug ist der Mauer zu Wunder das befindet sich in meiner Hose das der Tunnel dazu runtergegangen so wie können und mit dem Skelett was schnitt warum hat die im Skelett im Keller das ist ihr Ehemann der hat so lange aufs Mittagessen gewartet tut mir leid Daniel ich weiß nicht wie ich das beschreiben will wie der läuft das liegt so sch*** du guckst doch wahrscheinlich die ganze Zeit nur auf meinen Hintern ich weiß nicht das sieht so untypisch aus wie dieses Zeitalter weißt du so kurze Beine ja erinnert mich an diese du siehst aus wie einer der für Adidas Werbung macht oder so siehst aus wie die Fußballspieler von früher die alle so Mini-Shorts an hatten ja irgendwie schon der hier hat verdammt das war eigentlich zu flutt dreh ich gefälligst dreh ich gefälligst andersrum wie du tanzt aus der Reihe guck mal die da die tut die ja mit dem Kopf die ganze Zeit so wackeln die tut Headbang die tut Headbang was macht die dann Stunnel siehst du die ja was ich gefälligst zu uns das Flötentrio muss vereint sein so so ne das ist ja voll krass wir spiel dich mal durcheinander nein probiert du euch nicht mal die Zockteiten ja schon wieder spiel dich in anderem Rhythm oder in anderem okay ja so geht das nicht so geht das nicht ah meine Ohren und jetzt tanze ich als Nord was ja wieso lachst du immer dabei weiß ich doch nicht ich hab Spaß ja ja also ich glaube wie so ein grün ist ein wahnsinniger verließ nein wenn dann schon an einem besseren ort die spitze eines turms oder was weiß ich es ist er wird er er hat mit der noch nicht so gut was er uns da oder aber man hat ihn das muss sofort in deinem büro mehr verarbeitet ich würde auch ich bin ja dann fallen bei mir stehst du auf den geräumt ich bin wird wir die ganze Zeit am Fallen wenn wir schwebst du auf den, du stehst gerade mit dem Pferd über die Gruppe von Menschen da so habe ich mich jetzt umgedacht mal ich kann da nicht drauf wer ist das schon macht keine Ahnung ich komme ja auch gar immer raus weißt wie das aussieht der ja du schwebst jetzt, dass du dein Pferd verlässt schwebst über den ich hab's gar nicht, ich will die ganze Zeit so eine Falle an die macht wir müssen mit schonungsloser Verfolge rechnen so verstehst du das mal schon was 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 ist denn jetzt, du hast gerade einen Ohmachsanfall gehabt ja vor allem wie das aussieht meine Beide, die sehen so aus als würde ich die ganze Zeit irgendwo runterfallen oder und mein Oberkörper hat sich einfach nur so nach hinten gedehnt bei mir stehst du und fällst um also bei mir sind die ganze Zeit meine Beine hoch ja nein ich will gar nicht wissen wie ein Tanz hier aussieht was 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 wieso hab ich jetzt geschrien wie hast du nicht geschrien wie hast du nicht geschrien wenn du sehen kannst wie das hier aussieht was ich drehe ich drehe meine Beine drehen sich einfach nur dann mach das in das Video und dann kann ich das zählen äh kommt dann im Video oh Gott das muss ich ausnutzen das sieht so gestört aus oh mein Gott du schwebst du einfach nur über den und tanzt da ey ich sehe aus als mach ich denn Roboter-Tanz komm mal wieder da runter komm mal wieder da runter ja wir sind getrunken oder was ja ja sowas wie so ein adoptierter Humu hm ha 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 wuhuuu 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 ja hat mich dann aus ha 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 ich liege jetzt da nẫ weil beiệt bei mir tut's nun einfach nur mein Oberkörper so nach hinten beugen haha ey was ist das denn oh god das bleibt ja was gibst du dafür noch ein ja er schreit die ganze Zeit einfach nur so rätten wie komme ich hier raus ich leuchte dir in den Weg mit der Karte findet er auch nicht raus er muss man das Dacke eingeben ja wahrscheinlich, ich weiß nicht was das für eine Situation ist ich stecke fest, freut mich, ich werde 96 Gold brechen über sich verarschen ich werde irgendwie geportet glaube ich sie so hier gesteckt okay wo bin ich wo bist du da ja ich komme vor allem die ganze Zeit nicht so ich muss das sehen ja er sahst langweilig aus von hier aus ey ja 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 ja